Moin Leute, ich bin zurüöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö, Spaß, nicht viel lang. Also, das ist nur für dieses Infovideo, vielleicht auch was anderes wie mit diesem Metal of Honor Film, wenn ihr's wollt. Also, kommen wir zum Infovideo, zu den Infos. Ich hab da noch was zu verkünden. Manche wissen das schon vorher, weil ich mit denen im PN gesprochen hab oder so. Jedenfalls, ich werd bald nen Zweitkanal für LPs eröffnen. Warum das jetzt nicht vorher passiert, das erklär ich euch vielleicht mal andermal, aber... Oder so. Naja, ich werd, wenn das offen ist, werde ich hier auf diesem Kanal einen Kanal-Trailer halt machen und so. Ja. Klar, ne? Und den Links erstverständlich dann in die Videobeschreibung legen. Naja, freut euch. Das werden Let's Play Togethers auftauchen mit ein paar Freunden von mir. Vielleicht werde ich auch auf deren Kanälen auftauchen. Höchstwahrscheinlich. Naja, freut euch. Wird passieren. Noch... Ja, nicht mehr lange. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Vlog zum Urlaub. Wollt ihr das? Wollt ihr ein Vlog von mir sehen im Urlaub oder wollt ihr es nicht? Oder wie auch immer? Oder Toast? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr eins wollt oder nicht. Und ja, dann würde ich noch sagen... Was hab ich denn noch? Ah ja, bei technischen Problemen oder so. Liked mal am besten meine Google Plus Seite. Ist jetzt nicht Pflicht, aber wäre halt besser, wenn ihr euch wundert, warum für lange Zeit keine Videos rauskommen oder so. Ja, dann würde ich mal sagen Tschüss, bis zum nächsten Schnitzel und... Bis zum nächsten Schnitzel? Bis zum nächsten Video und dann Tschau!